Hallo Leute, Moin! Hey, wie geht's euch? Moin! So Leute, bei diesem Video geht's weiter. Bei diesem Video. Und jetzt geht es um Michael Schröder. Also Michael Schröder jetzt. Deswegen, ihr wisst ja, ihr wisst doch ganz kurz mal einen Like da geben. Einen saftigen, genau, saftigen Like da. Plus natürlich uns Abo abonnieren. Abo abonniert unseren Kanal. Ja, ok. Und natürlich auch da auch noch gleich uns mal knallt. Knallt. Knallt Haare. Und erhauen. Knallt Haare. Knallt Haare. Und ihr wisst doch noch die Glocke. Ja, die Glocke ist mir gefallen. Hier, Glocke. Aktivieren. Die Blick! Ja, ha, ha, ha. Immer doch wie die Knall auf Frauen. Mhm. Ach so, oh, man. Na, Glocke. Äh, umgefallen. Bitte. Oh, krass. Eine Runde Schrauberein möchte ich noch. Warte mal ganz kurz. Eine Runde Schreibe, ich schreibe noch. So. Und fertig. Und fertig. Und fertig. So Leute. Jetzt kommt natürlich so Leute so. Letztes Mal habe meine Mutter was gemacht. Jetzt kommt der Herr Michael Schröder. Mein Liebster, mein Liebster, mein Liebster, mein Liebster, mein Liebster Vater der Welt. Und, 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 und Leute, jetzt gerade wisst, der Michael Schröder, der ist auch erbittelt, erbittelt krank gewesen. Also vorhin, also vorhin hat Michael Schröder auch erbittelt einen Corona-Test gemacht, das stimmt. Da hat er mich krank gewesen und liegt im Bett. Da hat er bittelt Corona bekommen. Und da hat er bittelt Corona. Aber er bittelt ein bisschen besser. Und dann ist natürlich bitte gesund oder trotz Corona leider. Und da hat er, nein, er bittelt mich ja einkaufen trotz Corona, ich weiß auch nicht warum. Aber dann hat er nochmal den Test gemacht, er bittelt. Und, 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 und. Aber er Athlet zu reduzieren, durch こうな considering! Das verschillt er mal. Und das erinnert sich. Den Mancan New York Times Great to go. Der Schweizer, der Stichwort ist wirklich gut. Ja, es hat 본じ. Die Subventionen die verlksen, schon mit diesen Wintern die Maison tends auch nicht мет칠ker Jaure. er ist dann auch die in den Fussballklau wie die Bücher der Masse fahren dann hat er mich er wird in mein Zimmer und mich er wird er hat damit geputzt und hat er hat dann gemacht nicht bestimmt oder so das wäre nicht nett aber trotzdem immer noch ein netter Kerl da ist drauf er will mich ein weiter er will mich ein weiter aber damit ist mittel geputzt ja da haben wir wieder ein Video gezeugt wunderschön und ja dann der Arte Alibir aber immer noch Corona aber nicht zu groß da dann der Fall so dann sind mich nicht gut in die Errego gegangen in der Errego aber mich erlitten ist nicht in der die Errego gegangen damit er nicht nicht ins Armbau Meine Mutter hat mich total lange gefahren. Und dann haben wir im Wandschirm malen unten gerade. Beim vorletzten Video habe ich mich eh... Wandschirm malen, also... Wandschirm malen, morgen, morgen geht's einfach... Morgen, morgen, morgen geht's eventuell weiter. Und mit dem Malen. Morgen geht's weiter mit dem Malen. Warte wieder. Am Wochenende, also warte malen, im Mittagarten. In der letzten Video hat er mal Watt gemacht. Malte Aufnahme. Er wird... Und jetzt kommt gerade die Krimi mit meiner Mutter. Mhm. Aber dafür, Leute, dazu... Ich hab mich... Ich hab auch mich als Schröder mal mal gefragt. Bitte mal so, ja. Ich hab ihn so auch gefragt, ob er... was er liebt. Ja, und er hat gerade gesagt... Er hat gerade gesagt... Also, eines weiß ich doch. Er liebt natürlich Maulwürfel, etc. Maulwürfel sind immer noch ihre Lieblingstiere. Das weiß ich ja auch. Sehen Sie mal, das sage ich gerne. Wir haben immer mitgefragt. Und natürlich auch Katzen. Das gefragt. Aber, aber, aber ansonsten... Ja, ich bin gerade ein bisschen kältet leider. Was so. Ich hab nichts auf welchen Video. Auch immer noch Frauen. Mach's zusammen. Oh. Ja. Tja, 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 dann ist halt einfach so. Meine... Ich hab mich jetzt Schröder. Der ist ganz nett. Ich hab's toll, was erledigt. Nicht toll. Erstmal halt Haare bekommen. Das stimmt. Aber was, aber was mich an die Schulter am meisten Spaß macht, ist natürlich meine Mutter. Denn sie liebt sie so sehr, als sie mit irgendwas herz. Also sie hat sie... Er... Sie... Er... Er... Natürlich hat sie geheiratet. Find ich natürlich gut. Ja, sie war so gut im Urlaub. Ja, doch. Ich war sogar auch mit Michael mit Matsch drüber gemacht. Hier, Matsch drüber, Matsch. Pats, pats, pats. Also mit mir macht er jetzt auch einen meisten Spaß. Ja, bitte. Matsch. Er wurde drum geschmiert. Ich war komplett... Michael, mich war auch komplett mit Matsch bedeckt. Es war... Lustig. Sehr, sehr lustig. Oh. Ja. Und dann war der... Er wird sehr nackt. Äh. Und dann hab ich ihm gesagt, in meiner Vergangenheit Wirst du mich heiraten? Hattest du mich gesagt? Nicht wirklich, oder? Er hat mich eingetragen, wirst du mich heiraten. Damals habe ich... Damals habe ich... Sie noch gar nicht dabei. Was ist das so? Ja, das... Ja, das war wirklich so. Au. Hupf. Okay. Oh. Genau. Das war wirklich so, Leute. Das war wirklich so. Und... Und... Schヵут... Ich f extensively auch nicht. Äh. Und ich brauche mich nicht den? O cual checkst du- king Deus! Passo ist eigentlich beim... Du. Ich empbeide mich an悩 undrege. Wow. Das macht mich sehr gernier. Ein geehrterischer Ge nécessaire! Ich schmine nette machbar... Ich es lege mich ehrlich. und was sie nacht ab und so nahm aber also mit der Tat im innenbildet und ich habe auch das aufgesucht wie wir uns machen die hat sie jetzt direkt ihm gesagt einmal sind die Mordwürfe für die Nüsse die Alternative und die Katzen das Wort auch wenn mich er noch auf der Tat immer mal er wird und zwar in dem beginn mit mit dem augen die die hier auch die mann sie mir immer wieder mit dem stil nicht zugeben aber das wird das heißt hier ist wieder hat mich hier mal regiert das beide noch das war ich halt genau da hatte mich das video regiert in dem händler natürlich auch mit der klar lange Zeit Maulwürfel Das mag ich, das weint sich ganz genau Passet, Krabbit! 3 Minuten 3 Minuten Und wie saß, wir kommen das mal an Und bei Maulwürfel, das magst du auch nur Strom Maulwürfel Ab so, okay Ich komme jetzt, mich hätte so gesagt, Lieblings-Tier Ab! Nein, nicht lang 2 Minuten Man sieht sie überall Stimmt, ja Auf Wiesen Auf Feldern Stimmt, ja Und in Wäldern Kleine Erdhügel Oft erst frisch aufgeworfen Sie sind untrügliche Zeichen dafür Dass hier im Untergrund Ein kleines, peltiges Tier gräbt Maulwurf Und seine Nahrung sucht Der Maulwurf Ja Der europäische Maulwurf Sein wissenschaftlicher Name lautet Talpa Europäer Talpa Europäer? So, als der Maulwurf Okay Das ist neu Hört zur Familie der Maulwürfel Der Talpide Und ist der einzige in Mitteleuropa verbreitet Ach so, er wird die Familiennaut Der Vertreter seiner Familie Oh! Hey, Bichel, guck mal, ist echt geil! Ballwürfel Bergen, Ball, Wäldern Und jetzt geht's ganz schnell! Für die... Ist das... Leute, das ist hier gerade eine Maulwurf, Leute! Schau mal, ich weiß ja, dass du ihn machst Ich weiß es! Hier ist der Gang Wenn du mal einen Maulwurf gegangen Ich hab's noch nie gesehen Hier ist jemand jetzt der Maulwurfgang Gehreinend Jenauskelle Und Hügel Und ja, ich, ich Ich, ich Selbulow Ah, das ist hier Oh, komm mal, ich will Oh, komm mal, ich will folgt und übernehmen sie es war aber auch gesagt Leute das war nicht aber das war so der Hausmann gesehen die Amt der Seite mit dem Bad Leder Mäuse für den Mann an die Warnung ist und leiten wir wieder mal sagen und das ist nicht auch interessant an ich war nur zu mal gesagt machen nicht so viel so wie zwei drei minuten ob es das leute das geht ganz schnell das ist 45 sekunden da seht ihr wie auf jeden Fall den Garten lockern ob es sonst nur das machen wir Fledermäuse sind klein, schwarz und blitzschnell. Aha, stimmt ja, Fledermäuse. Wow, fressen sogar Mücken. Stimmt, Mücken. Daher ist ein insektenfreundlicher Garten ideal für Fledermäuse. Stauden wie Phlox, Nachtkerze oder Lichtmelken sind besonders gut geeignet. Achso, da lockt man die Fledermäuse an, Nachtkerzen und Nelken. Achso, oh, ist ja das. Ist genauso. Und auch der Michael. Denn sie ziehen Nachtfalter an, die zur Lieblingsspeise der Fledermäuse zählen. Mit Fledermauskästen unterstützen sie die Tiere bei der Quartierssuche. Am besten helfen sie den Nachtjägern aber mit einem naturnahen Garten. Achso, das ist interessant. Ja. Okay, bis habe ich noch was anderes gesagt. Ja, eigentlich, irgendwie, was gesagt, ihr liebt Katzen doch auch gern. Na, ich mag Katzen. Ne, ich mag Katzen. Ne, ich glaub ich, nimmst es im dritten Malwurf, aber egal, ich mag auch Katzen. Ganz kurz 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 Das ist doch lustig. Jetzt gehen wir auf die Katzen. Das habe ich mal gemacht. Aber es war für mich, Herr Schröder. Kennt ihr, Leute, den Netto Katzen? Das Video habe ich schon gemacht. Aber für mich, Herr Schröder, mag ich es doch mal. Den Netto Katzen. Das ist doch lustig. Kassel Supermarkt. Oh. Äh. Ich will Cola! Toffee? Au! Au! Hä? Ah! Nicht mal zu! Oh no 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 no! Äh! 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 Milch? Guck mal, Michael! Guck mal, Michael! Eine Katze! Eine Katze! Eine Katze! Bei der Kassette! Hi! Cola! Äh! Klar! April! Verrückt! 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 Die nette Katzen! Verrückt! Eigentlich sollte es bringt uns das vorab noch mal ausfallen! nächstes ist ausland die 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 beide das ist als das bei einem deswegen mit kurzer 6 video die übrigen ist wie wir getan und bis dahin wird wird so es sind ja dazu es hat mich immer besser der liebste Vater der Welt jetzt bis dahinter Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Ich will noch ein paar Hände. Tschau, tschau. Tschau, tschau.